So Freunde, heute gibt es feinsten Camembert. Ich wünsche guten Appetit und frischen Genuss. Lecker! Schmecki, schmecki, schmecki! Der Camembert, der Camembert, der läuft durch den Port und riecht nach Käse. Der Camom, 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 Camembert. Der Camembert, der Camembert, der Camembert, der Camembert, der Camembert, der Camembert, der Camembert. Und wenn ich euch jetzt frage, kennt ihr den besten Freund vom Camembert? Nein? Dann hört jetzt besser zu. Schmecki, schmecki, schmecki! Wer ist dein bester Freund und kein Chinese? Der Preisebär, der Preisebär. Wer läuft durch den Wald und steht auf Käse? Der Preise, Preise, Preisebär. Wer ist ein bester Freund und kein Chinese, der Preise-Bär, der Preise-Bär. Wer läuft durch den Wald und steht auf Käse, der Preise, Preise, Preise-Bär. Bär. 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 Bär.